Erfolg ist vergänglich, die Familie ist das Wichtigste. Das ist der Erfolgstipp von Philo Aspek von Games of Thrones, der mir diesen mitgegeben hat. In meinem erheuten Blogbeitrag geht es nämlich genau darum, um die Frage, stimmt denn? Happy Life, Happy Wife, mach deine Frau glücklich und hab ein gutes und glückliches Leben. Was die 5 Punkte sind, die du auf jeden Fall deine Frau glücklich machen kannst, um eine bessere Beziehung zu haben, um somit auch ein besseres Leben zu haben, mehr Erfolg, All das und noch viel mehr findest du auf www.normen-graeter.com in meinem heutigen Blogbeitrag. Schau mal rein und denk dran, Happy Wife, Happy Life.